Ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung auf unserem Kanal sofort und gleich. Bloons! Adventure Time! Tidi! Wir schauen einfach mal da rein. Ich hab's jetzt noch nicht gespielt, ich hab keine Ahnung wie das Ganze funktioniert. Ich hab's jetzt noch nicht gespielt. Ich hab's jetzt noch ein bisschen lauter machen hier. Ich bin in die Zone, dude. Jake! Die Zone, Finn! Die Zone! Ich liebe Bloons, aber diese Leute sind hecka menacing. Ich kann sie nicht nach dem Trefort. Ich bin in der Nähe von Jake, ich glaube, es geht um mich zu holen. Ich sollte den Bloons beherren. Ich bin in der Nähe von hier. Untertitelung des ZDF, 2020 I get cash for popping bloons! Time for an upgrade! This rad upgrade will allow me to attack faster. Bloons don't stand a chance! Yeah! Feel my power! Too easy! Bring on the next wave! Oh, they went through! Oh, Zang! They're headed for the tree port! Looks like you could use some help! Die Blumen sind fertig, und bereit zu gehen! Wow, die Toots sind Sie? Mein Name ist Max. Ich bin ein bisschen von einem Experten, wenn es zu Poppen Blumen ist. Keep an eye on the Health Gauge up there. Blumen das Schliff past you will cost you some lives. If you hit zero, the balloons win. Let's make sure that doesn't happen. Oh, einer ist wieder durchgerutscht. Oh, den kriegt er ja dahin. Ich bin wirklich ein Experten. Ich bin nur aufgewachsen. Schau das! Jetzt kann ich die Blumen von weit entfernt. Das sieht ja wieder nicht an. Oh, grün, ne? Das scheint, dass die letzte, die... für jetzt... Alright! Now, show me the loop! Oh mein Gott. Uh, I don't know about this, are we sure the balloons are even the bad guys? My style really is a work of...dark. This isn't good, the balloons are spread throughout U. It looks like something is going down in the candy kingdom. We better hurry. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Das ist ja für mich...alter Vater. Jesus Maria, was für ein Farbenflash. Ach du Schambe. Oh Jesus. Jake, PB's in trouble. We need to get to her right away. What? How do you know that? I have this letter here that says... Finn, I'm in trouble. You need to get here right away. Sure. As long as we can stop for ice cream on the way. Finn, help! P.B. Who did this? Who did this? Who did this? Who did this? Oh my God. Never mind me. Protect the candy citizens. What I don't do here for you. Oh my God. Oh my God. Let's do this here. Time to pop some balloons. Alright! I feel sorry for the balloons. Those are gonna be so deflated. Kommt er da nicht dran, oder was ist das für Apple? Erzähl mir bitte nicht, dass er da nicht dran kommt. Ich glaube ich müsste es nochmal neu machen. Ja, da habe ich irgendwie scheiße gebaut jetzt. Ja, ich konzentriere mich ja und jetzt sollte es wohl besser funktionieren, oder? Kann ich mal sagen. Ja, jetzt klappt es auch. Ja. 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 Die Prinzessin Bubblegum springt da in der Mitte rum, das gibt es doch gar nicht. Oh, jetzt hat er sie wieder nicht bekommen. Drei Stück hat er nicht bekommen. Sollten aber eigentlich jetzt gar ein Problem darstellen. Ah, jetzt habe ich die schon. Okay, ich habe sie wieder da hingezogen. Ja. Ja. interactions Amazon, das hat heißt so schnell der matchvoll ist es ja auch fast durchs kaputt ist form. Ja, es ist fast. Ist das krass? Bei Max kommt da hinten gar nichts an? Get ready for some science! Eieieieieieiei, ist das krass. Kannst du jetzt ein Bubblegum schafften wir immer die einzelnen Dinge da? Eieieieieieie... Noch 2 Runden. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Moab. Muss mal ein bisschen langsamer hier machen. Time to call in the big guns. Finn, that was awesome! What was that? The Power of Huns! Well, whatever it was, it just saved the Candy Kingdom! You picked the wrong team today, Blooms! Ja, also das ist Blooms TD Adventure. I need to analyze some Blooms samples. I just need to find... Ah! Here it is! My old BWI! Peabubs? What in the Hootons of BWI? My Bloom Wave Index are silly. According to this data, Many more powerful Blooms can arrive in U at any minute! Bring it on! I do not fear Blo- They're inflating exponentially and must be stopped! Hand me the Enchiridium! We don't have it! Hotdog Princess borrowed it too! She's in grave danger! We have to go now! So! Ähm... Ja! Blooms TD Adventure Time! Ähm... Wer auf knallige bunte Farben steht! Das Ding ist äh... Ein... Neues Tower Defense Spiel! Blooms ist ja schon... Ewigkeiten bekannt! Das hier ist jetzt relativ neu raus gekommen! Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da! Wenn ihr mich weiter quälen wollt mit dem Spiel! Also eigentlich nicht mit dem Spiel! Aber... Spiel ist echt cool! Muss ich sagen! Ist cool! Aber es ist... Äh... Oh mein Gott! Also wenn ihr mich richtig quälen wollt, dann lasst ein Like da! Weil dann muss ich mir jetzt ständig solche Farben da reinziehen! Oh mein Gott! Komm ich mir vor, als wäre ich auf Drogen! Ähm... Ja! Lass mal ein Like da! Schreibt was in die Kommentare! Abonniert den Kanal! Und schaltet das nächste Mal wieder ein! Falls es... nochmal... heißt... Crazy Farben! Chaos! Mit Blooms TD Adventure Time! Macht's gut! Bis dann und tschüss!